Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Zombies Ate My Neighbors und Herzlich Willkommen zu Level 36, ich habe es jetzt glaube ich 6 oder 7 mal, ich weiß nicht genau, öfters auf jeden Fall jetzt gedaddelt, das ist richtig schwierig das Level und prepare for the terror und das hat einen üblen Endgegner da drin, Level 36 Monsterphobia, ich werde jetzt versuchen irgendwie halbwegs zu ihm hinzukommen, um halt... So, erstmal die Wege freimachen, die ich brauche, das ist nämlich echt mies gemacht hier, jetzt hänge ich da nämlich gleich, wenn die ganze Zeit die Babys kommen und wenn ich dann da bin, werde ich mal speichern und versuchen den irgendwie halbwegs hinzukriegen, den Endboss, der hat nämlich Tiere in sich... Oh, 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 oh Hi, der Witzker, da hätte ich gerade schon fast den ersten verloren So, den schon mal drin, sehr gut Gehen wir mal auf Köder Ja, greift mal die Köder an Ich hole schon mal die Panzerfaust in der Zeit raus Oh, Feuerwesen Weg hier, weg hier Ach, shit Ah, Mist Ist da da unten, ist noch einer, den ich brauche Ah, war ja klar Weg hier Mist, wie... Da muss ich mal gucken, wie ich da unten jetzt gut hinkomme So, da komme ich jetzt erstmal nicht hin Halt, nein Ah, war klar War sowas von klar Los, Spinne, geh weg Ich hasse euch Das Level ist echt mies Ja, und ich hab's auch noch benutzt Habe ich hier nicht eben schon frei gemacht Halt Eieieieiei Eieieiei Eieiei 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 Ah Morx Los, nimm den da oben Dann nimm den hier Das gibt's nicht Halt Okay, Sarkasse Ist schlecht Ah, nein Oh Gott, ich bin so dämlich Panik Panik, kommt auf Und schon wieder einen verloren Und warum? Weil ich hier kein Komfort habe Wo man sich hier so ätzend durchklicken muss Ah, okay, schon kaputt Liste So, einer ist noch irgendwo Ich hab mal wieder So gut wie keine Power mehr So, ja, wie bekämpfe ich das Baby jetzt am besten? Besten gar nicht Ja, da hab ich's schon verloren Gehen wir mal hier lang Okay, ich glaub, hier bin ich beim Endboss Keine Ahnung, wo das letzte Baby ist Und an der Stelle werde ich mir mal einen Sicherheitsspeicherstand machen Und Tja, was soll ich sagen Wünscht mir Glück Denn das ist echt übel Ich glaub, ich werd anfangen mit so'n Mit so'n starken Trank hier Und da muss ich mal gucken Ups, nein Wie ich weiter vorgehen werde Rasenmäher auf jeden Fall Das ist eine riesige Spinne In die sich dieser komische Professor-Doktor wieder verwandelt So, ich schnapp uns erstmal alle Sachen, die hier sind Zack, Trank nehmen Das Problem ist, er verbreitet jetzt so komische Spinnenweben auf dem Boden Und Dann können wir uns da nicht richtig fortbewegen drauf Das heißt, er braucht ewig, um hier durchzukommen Ihr seht das gerade Und Man kann das nicht richtig kämpfen mit diesem Starken hier Und ich muss die mit dem Rasenmäher dann wieder frei machen Also echt mies gemacht, der Gegner Aber mit ein bisschen Glück, wenn er sich in die richtigen Positionen bewegt Kann ich ihm hier ein bisschen Schaden machen Und das klappt ja ganz gut gerade Aber der hält unheimlich viel aus Ich will gar nicht wissen, was dann der Endgegner hat Oh, shit Und jetzt hab ich ein Problem Au, genau so ist es Au, 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 au Ah, Mann Also Halt, jetzt kommt auch noch der von unten Das gibt's ja wohl nicht Ah, weg mit euch Los, friss alles Friss alles Ah Diese Scheiße hier Wieso hältst du so viel aus? Hier, ein paar Köder für dich Puh Ja, wie als nächstes Der bringt leider nicht viel Boah Äh, bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt Was haben wir hier für einen Trank? Zufall, Glück haben Ja, ein bisschen Energie ist nicht schlecht Äh, okay Wir sind schnell Toll, wir sind schnell Ja Immerhin etwas Ja, man kann sich hier gar nicht richtig durchsägen Mit dieser Scheiße Komm her, Mistkerl Komm her, Mistkerl Ist der mies So Und jetzt Ab hierhin Monster Und hoffen, dass ich ein bisschen was reiße Ja Oh Gott Mistgegner So, und er ist wieder verschwunden Der Dreckskerl So Wo ist der nächste? Da ist er Und ich hab zwei Stück, glaub ich, verloren Boah Das war ein starker Gegner Tja, bin ich froh, dass das geklappt habe Hätte ich mir gar nicht den Sicherheitsspeicherstand machen sollen Aber ich bin leider jetzt so oft draufgegangen Dass ich alle Leben sogar verloren hatte Und Da wollte ich mich jetzt absichern Aber hat's doch geklappt Ja, dann sag ich mal Bis zum nächsten Mal Und dann bei Level 37 Bis zum nächsten Mal Euer Chocho